So, es ist Nikolaus. Die letzten zwei Adventskalender waren Nikolaus ja irgendeine blödsinnige Nikolaus-Schnitzeljagd. Das macht aber so furchtbar viel Arbeit, dass wir gesagt haben, dieses Jahr darauf verzichten zu wollen. Also furchtbar viel ist jetzt übertrieben, aber trotzdem macht es viel Arbeit. Das schaffe ich einfach dieses Jahr nicht, beziehungsweise wir nicht mit dem Umzug. Vor allen Dingen kümmert sich ja Frau um Umzug und ich gucke halt, dass ich halt hier noch meinen Adventskalender fertig kriege nebenher. Und ja, deswegen nur ein reguläres Thema, aber trotzdem eben zum Nikolaus passend, denn was ihr hier seht, ist die Walnuss. Das ist mal wieder so eine alte botanische Zeichnung aus dem alten Botanikbuch. Ich finde ihn nach wie vor hervorragend. Da können wir alle Merkmale der Walnuss wunderbar erkennen. Erster wesentlicher Hinweis zur Walnuss. Manche Leute, die meinen botanisch gebildet zu sein, dazu gehöre ja auch ich, erzählen immer ungefragt bei jeder Gelegenheit, die Walnuss sei gar keine Nuss, sondern eine Steinfrucht. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gehört? Ja, blöderweise haben meine ollen Kollegen aus der Forschung inzwischen festgestellt, dass die Walnuss leider doch eine Nuss ist. Und jetzt kann man diese olle Info mit der Steinfrucht leider nicht mehr bringen. Und das hat mir übrigens auch mein Video kaputt gemacht, weil eigentlich wollte ich jetzt den Unterschied erklären zwischen einer Steinfrucht und einer Nuss. Da das jetzt aber, wie gesagt, eben gerade nicht mehr Stand des Wissens ist, so ein Mist aber auch, ey, wissenschaftlicher Fortschritt gehört verboten. Machen wir jetzt folgendes, nämlich als Ersatzprogramm fünf wissenswerte Dinge oder auch nicht zur Walnuss. So, viel Spaß damit. Ja, die Römer mal wieder. Namentlich wissen wir in diesem Fall sogar, welcher olle Römer das gewesen ist, der da jetzt schuld ist. Also, da müssen wir ihm sehr, sehr zu Dank verpflichtet sein. Das dürfte einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit gewesen sein und insbesondere einer der allerersten Naturforscher, sofern man da überhaupt von Forschung sprechen kann, um 50 nach Christus, aber macht nichts. Dies zur damaligen Zeit gegeben hat. Also, dass ich jetzt so ein bisschen abfällig über ihn rede, ist einfach aus Gründen dessen, dass ich halt ein Banaus und Barbar bin, wie die Römer bestätigen würden. Wir wohnen ja da, wo bekanntermaßen nur die Barbaren noch hausen. Daher kann ich mich meiner Meinung nach auch so ein kleines bisschen ohne den nötigen Respekt zum guten Plinius dem Älteren äußern. Ja, es gibt zwei Pliniusse. Plinius den Älteren und eben den Jüngeren. Der Jüngere ist durchaus auch bedeutend, den ignorieren wir jetzt aber mal und widmen uns Plinius dem Älteren. So, und was hat der so gemacht? Naja, der hat dieses Papierchen hier herausgegeben, was wir hier gerade sehen können. Und viel mehr Bildmaterial zum Plinius habe ich auch gar nicht. Denn, ja, da ist nicht allzu viel überliefert, außer eben Teile dieser Naturalis Historia, ein enzyklopädisches, meine Fresse sind das viele schwere Worte heute, Werk zur Naturkunde. Ja, und da steht unter anderem alle möglichen wahnsinnig interessanten Dinge drin. Man möchte fast Latein können, vielleicht muss ich mir dann irgendwann doch mal die Mühe machen, herauszufinden, ob es dafür irgendwie eine deutsche Übersetzung gibt, die ich mir dann reinziehen kann, insbesondere der Teil zur Botanik. Da steht nämlich drin, zum Beispiel Kosmologie, Astronomie, Meeres, Mereologie, was immer das ist, ach ne, Meteorologie, komisch geschrieben, okay. Vulkanologie, da haben wir ein bisschen Geografie, Geologie, gibt es da bereits, Zoologie, Landtiere, Wassertiere, Vögel, Insekten und allgemeine Zoologie. Erstaunlich viele Beiträge dazu übrigens und insgesamt doch immerhin fünf Bände zu Botanik, die sich aufteilen in Naturkunde der Bäume, exotische Bäume, fruchttragende Bäume, Eigenschaften der fruchttragenden Bäume, der wildwachsenden Bäume und Besonderheiten bzw. Beschaffenheit der angepflanzten Bäume. So, und wenn wir uns das jetzt alles durchlesen würden, dann wüssten wir zumindest mal, dass wenn du eine Nuss in den Boden steckst, dann besteht da die Möglichkeit, dass da draußen ein Nussbaum wächst. Und dieses Wissen hat dadurch, dass es tatsächlich eine gewisse Verbreitung gefunden hat, durch eben Pilinius, den Älteren, den Römer dazu befähigt, unter anderem die Walnuss aus dem Mittelmeerraum, wo sie natürlich vorgekommen ist, wo sie auch bis heute natürlich vorkommt, wo sie nicht weggerodet worden ist, eben auch woanders hin zu pflanzen. So, und da jetzt das römische Imperium bekanntermaßen ziemlich viel Fläche umfasst hat, hat das die Römer also in keinster Weise davon abgehalten, auch eben in ihren Kolonien, wo sie ja auch römische Villa Rustica, oder Villa Rustica, Rustica ist hoffentlich plural, wenn nicht korrigiert mich, gegründet haben. Sprich, ja, villenartige Bauernhöfe mit Zentralgebäude und drumherum eben halt Landwirtschaft, wo durchaus ein solcher Besitzer einer solchen Villa Rustica ein gar nicht mal so schlechtes Leben geführt hat. Wie dem auch sei, jedenfalls im Rahmen dieser Landwirtschaft wurden eben auch Gehölze angepflanzt, so sie dann fruchttragend waren. Alles, was nicht fruchttragend war, war den Römern wohl nicht so wichtig, fruchttragende Sachen hingegen schon. Und das hat neben der Edelkastanie eben auch die Walnuss über die Alpen sozusagen nach Zentraleuropa gebracht. So, und damit können wir übrigens auch gleich klären, warum die Walnuss eigentlich Walnuss heißt, weil, das ist auch den Römern zu verdanken, die haben die nämlich erstmal als gallische Nuss angepflanzt, die sogenannte Nux Gallica, also die gallische Ausprägung der Walnuss, die hieß dann so, weil sie da sehr gut gewachsen ist, da häufig fruktifiziert hat und dann als Nahrungsmittel zur Verfügung stand. Darum hat sich dann dieser Nux Gallica-Name wohl durchgesetzt. So, und jetzt ist Gallien bekanntermaßen, Gallica est omnis divisa in patis tres. Wer nicht Latein hat, ganz Gallien ist in drei Teile geteilt und damit fängt De Bello Gallico, der gallische Krieg vom ollen Julius, an. Und das hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man irgendwie sich ein bisschen durch den Lateinunterricht geprügelt hat. Habe ich zwar nicht, aber mein Vater und der hat mich damit gequält. Gut, wie dem auch sei jedenfalls, ansonsten empfehle ich Asterix-Lateinwissen. Von Gallien nach Deutschland ist ja bekanntermaßen nicht so weit, das hieß damals aber nicht Deutschland, sondern natürlich Germanien. Und im Germanischen war Welsche, also Welsche, W-E-L-S-C-H-E, vermutlich eine Bezeichnung, die eben die Germanen für die Römer und Kelten irgendwie verwendet haben. Also wohl irgendwas von denjenigen, die nicht unsere sind. Ist sehr schwierig, ich bin ja kein Sprachgelehrter, aber aus diesem Welsch hat sich dann wohl irgendwie über die Jahrhunderte und Jahrtausende Wal durchgesetzt und aus der Welschen Nuss wurde dann irgendwie die Walnuss. Ja, irgendwie so. Gut, also, jedenfalls, damit kommen wir zurück auf das eigentliche Thema, nämlich die Römer sind schuld, haben die hierher gebracht und seitdem hat sie sich auch durchgesetzt. Das heißt, seit die Römer da waren, ist aus der mitteleuropäischen Landwirtschaft die Walnuss nicht mehr rauszudenken. Ich sage absichtlich Landwirtschaft, weil die wurde eben als Ackerbaum zusätzlich zu den Schafweiden oder auf die Schafweiden gestellt, auf die Kuhweiden gestellt, neben die Kuhweiden gestellt, aber bestimmt nicht in den Wald. Da war sie nämlich im Regelfall nicht konkurrenzfähig und wäre da untergegangen, wenn man sie nicht speziell gefördert hat. Wie man das genau macht, wissen wir erst seit kurzem aus Praxiserfahrung. Die wird im Prinzip erst seit den 70ern oder 80ern so richtig im großen Stil auch forstlich zur Holzgewinnung angebaut. So, also wisst ihr Bescheid, die Römer waren es. Was zum Geier ist denn jetzt Allelopathie? Allelopathie ist die chemische Kriegsführung von Pflanzen, wenn man das so nennen möchte. Es gibt verschiedene Definitionsansätze, die immer mal wieder diskutiert werden, wie man das jetzt genau übersetzen kann, was das genau sein soll. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass eine Pflanze einen Stoff abgibt, meistens aus dem Sekundärstoffwechsel stammend, also ein Produkt, das alternativ zu Zucker oder aus Zucker produziert wird und die Pflanze somit also Rohstoffe kostet. Das heißt, das Ganze ist teuer. Das muss man sich als Pflanze gut überlegen, ob man das überhaupt herstellen möchte. Ja, aber dieses teure Produkt, was die Pflanze da produziert, das dient ihr dann meistens in irgendeiner Form als chemischer Stoff, ja, jeder Stoff ist chemischer, egal, den sie abgibt, um ja irgendwas damit zu bezwecken. Das ist die weitreichendste Definition. Im engeren Sinne hat man damit gemeint, dass es sich wahrscheinlich um Gifte handelt, im Regelfall, oder als giftwirkende Stoffe, gegen andere Organismen, die der Pflanze im gegenseitigen Wachstumsprozess eben einen gewissen Vorteil verschaffen sollen. Soll heißen, du bringst deine Feinde um, anstatt ihnen einfach nur davon zu wachsen versuchen. Ist ja ein Klassiker. Jede Giftpflanze wehrt sich gegen Fressfeinde, indem sie Gifte einlagert. Das wäre aber keine Allelopathie, weil bei der Allelopathie werden die Stoffe eben nicht direkt in der Pflanze das abgegeben, was sie bekämpfen möchte, sondern sie vergiftet sozusagen ihre Umwelt. Und das ist das Besondere. Und das ist also für mich persönlich das, was Allelopathie ausmacht. Stellst du irgendwo eine Walnuss hin und lässt sie da lange stehen, dann vergiftet die nach und nach den Boden, in dem sie steht, mit Juglon. Juglon ist von Juglansregia abgeleitet. Das seht ihr hier unten ja auch. Die Pflanze heißt ja Juglansregia. Das ist der wissenschaftliche Name der Walnuss. Und dieses Juglon, das ist eben ihr Gift sozusagen, das dafür dient, eben andere Pflanzen im Wachstum zu hindern, und zwar im Wurzelwachstum. Das wirkt sich negativ auf die Wurzel aus. Wir haben, glaube ich, Stand heute noch nicht hundertprozentig verstanden, jedenfalls habe ich noch niemanden gefunden, der mir das gut erklären konnte, wie das exakt auf die Wurzel wirkt. Was es aber auf jeden Fall tut, dass es gut untersucht, ist ein Fungizid zu sein. Sprich, es killt Pilze. Und das wiederum ist jetzt interessant, wenn nämlich die Walnuss, da wo sie steht, nicht so sehr auf Pilze im Boden angewiesen ist, was durchaus der Fall sein könnte. Sie braucht ja auch sehr gute Böden und nur auf sehr guten Böden wächst sie überhaupt. Das heißt, die Abhängigkeit von einem Pilzpartner, der am Fuß, also an der Wurzel, hängt und ihr bei der Nährstoffaufnahme hilft, ist dann nicht so groß, weil sie ja eh auf einem guten Boden steht. Ja, andere Bäume, die auf dem gleichen guten Boden oder andere Pflanzen generell wachsen wollen würden, haben möglicherweise durchaus die Notwendigkeit, einen Fußpilzpartner sozusagen, Mykorrhiza-Pilz genannt, zu haben und den killt dann das Jucklohn. Das heißt, der Boden ist weitgehend pilzfrei. Wer also Pilze suchen möchte, wahrscheinlich nicht unter der Walnuss versuchen, dass man da was findet, ist sehr unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Und damit könnte das zusammenhängen. So, was hat das für einen Vorteil? Naja, wenn du eben die Lebensgrundlage der anderen Pflanzen kaputt machst, durch dein eigenes Gift, den Standort vergiftest sozusagen, dann ist der Einzige, der auf diesem giftigen Boden jetzt noch wachsen kann, dein eigener Nachkomme, weil der halt möglicherweise eben entweder eine Resistenz gegen dieses Gift hat, wie gesagt, das ist noch nicht so ganz gut untersucht, oder alternativ eben ohne das leben kann, was das Gift umbringt, in diesem Fall dann eben Fußpilze beziehungsweise Mykorrhiza-Pilze, symbiontische Pilze, die bei der Nährstoffaufnahme helfen. So, diese Allelopathie ist ein Prozess, den gibt es noch, ja, der ist noch gar nicht so gut untersucht. Die Musterart, die das angeblich hat, inzwischen weiß man auch, dass sie es wahrscheinlich wirklich sehr, 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 sehr wahrscheinlich tatsächlich hat, aber das wird immer noch sehr viel diskutiert, ist tatsächlich die Walnuss. Eine andere Pflanzen, wenn man so möchte, Gruppe, bei der Allelopathie eine Rolle spielt, sind Cyanobakterien, also Photosynthese betreibende Bakterien, die eben auch solche Giftstoffe eingelagert haben, mit denen sie andere Pflanzen killen können, weshalb es, wenn es zur Algenblüte kommt, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so ein komplett grüner See, wo nichts mehr drin ist, der schlecht riecht, der wirklich unangenehm aussieht, übrigens auch tödlich giftig wäre, wenn man daraus trinkt, das ist eben dieses Gift, das a. für uns tödlich ist und b. auch für alle anderen Wasserpflanzen und es der Alge dann überhaupt erst ermöglicht, in dieser riesigen Massenvermehrung aufzutreten, wie man sie bei der sogenannten Algenblüte kennt. Also auch das ist ein allelopathischer Prozess. Und eben eine Besonderheit letztendlich von der Walnuss, die man bei einem anderen Baum, zumindest in Mitteleuropa, in dieser Form so nicht beobachten kann. Das Juglon wird übrigens in den Blättern gebildet, fällt dann mit im Herbst mit den Blättern auf den Boden, wird im Herbst dann in den Boden eingewaschen und von Mikroorganismen den Boden erst aktiviert. Das wird so halb abgebaut und dann ist es erst giftig und wirkt dann eben toxisch, unter anderem gegen Bakterien und Pilze. Jetzt kann man sich natürlich fragen, hm, das ist toxisch gegen Bakterien und Pilze, können wir das nicht auch als Heilmittel verwenden? Und ganz klar, ja, das können wir. Das wurde auch schon ein paar Mal getan. Es soll auch blutungsstillende Wirkungen haben. Die Nuss ist ja eine uralte Heilpflanze, die Walnuss, und da spielt dann auch eben dieses Juglon mit rein. Allerdings muss man sagen, nach den modernsten Erkenntnissen dazu sollte das vielleicht doch nur mit Vorsicht angewendet werden, weil es ist leider auch mutagen und fördert die Entstehung von Krebs. Also neben den positiven Effekten dann stattdessen Krebs zu bekommen, ja, ist es nicht so wirklich hilfreich. Vielen Dank. Eine alte Form der Heilkunde, für die die Walnuss häufiger hergenommen wird als Beispiel, ist die sogenannte Signaturenlehre. Um zu begreifen, was das ist, haben wir hier dieses schöne Bild. Und zwar geht es da um die Sympathie zwischen Pflanzen und Tieren. Man dachte nämlich damals, ein paar Leute denken das natürlich auch heute noch, wie bei vielen Ideen, die mal aufgekommen sind, dass eine optische Ähnlichkeit zwischen einer Pflanze und einem Tier dazu führt, dass diese Pflanze dann für das Tier besonders gesundheitsfördernd ist, beziehungsweise eine optische Ähnlichkeit zwischen einer Pflanze und einem Organ dazu führt, dass die Pflanze für das Organ besonders gesundheitsförderlich ist. Auf diesem Bild hier aus dem 16. Jahrhundert können wir also schön sehen, für den Hirsch ist besonders förderlich die Pflanze über dem Hirsch, weil sie von der Optik her ein bisschen an das Hirschgeweih erinnert. Das Gleiche gilt bei der mittleren Pflanze für die Kuh, weil die hat ja Hörner. Das heißt, die muss auf jeden Fall gut sein für die Kuh, beziehungsweise das Hornwachstum der Kuh, wenn man es streng genommen nehmen möchte. Ja, und beim Schaf, beziehungsweise sogar beim Einhorn, das es ja gar nicht mal gibt, aber ja, das ist halt aus dem 16. Jahrhundert die Darstellung, das soll kein Witz sein, sondern das dachte man halt wirklich, dass das Einhorn dann bevorzugt, das, was auch immer das da sein soll, frisst und es ihm dann besser geht und beim Schaf eben diese an Witterhörner erinnernden Fruchtstände. Ja, also worauf ich hinaus möchte, die Walnuss, wie sieht die aus? Ja, das wissen wir alle. Sieht aus wie Hirn, wenn man das mit ein bisschen Fantasie betrachten möchte. Das ist vielleicht nicht das beste Bild dafür, aber im Großen und Ganzen tut sie das doch. Oder alternativ sieht sie auch aus wie ein Hoden, je nachdem, wie man sich das vorstellen möchte. Und das hat halt eben dazu geführt, dass man früher im Rahmen der Signaturenlehre dachte, dann müsste Walnuss gut sein fürs Hirn. Das hört man auch häufig von irgendwelchen Großmüttern. Ist das, das ist gut fürs Gehirn. Oder alternativ, ja, das wird die Großmutter weniger sagen, aber das dachte man früher eben auch, dass es als potenzsteigerndes, fruchtbarkeitssteigerndes Mittel eingesetzt werden kann. So, und blöderweise ist jetzt die Walnuss ein wunderbares Beispiel dafür, dass sich eben die Leute, die das bis heute glauben, dass an dieser Signaturenlehre was dran sei, auf die Fahnen geschrieben haben, weil im Fall der Walnuss stimmt es tatsächlich. Walnuss ist nämlich wirklich gut fürs Hirn, wenn man das so sagen möchte. Die hat nämlich eine gewisse positive Auswirkung auf Alzheimer. Jetzt ist nicht sofort Alzheimer weg, nur weil du meine Nuss geknappert hast. Aber es gibt da einen statistisch signifikanten Zusammenhang, dass es wohl ganz gut fürs Hirn sei, recht viele Walnüsse zu essen. Von daher kann sie auch vielleicht konzentrationssteigernd wirken und andere positive Nebenwirkungen haben, weil eine Walnuss ist ein unglaublich gesundes Nahrungsmittel. Das dürfte jedem hoffentlich klar sein. Wenn nicht, habe ich es jetzt gesagt und dazu kommen wir auch gleich noch. Aber eben diese Tatsache, dass jetzt hier das Ding wie Hirn aussieht und fürs Hirn auch gut ist, ist ein reiner Zufall, weil eine potenzsteigernde Wirkung kann man nämlich überhaupt nicht nachweisen. Da wäre es dann also wieder nicht zutreffend. Jetzt gibt es in der Geschichte jede Menge Beispiele, wo eben dieser Zusammenhang aus Form und Heilwirkung auftritt, aber noch viel, 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 viel mehr Beispiele, wo das halt eben nicht auftritt. Und daher darf man wohl davon ausgehen, dass in den Fällen, wo wir wirklich eine Heilwirkung haben, die der Form entspricht, das schlicht und ergreifend ein Zufall ist und in allen anderen Fällen, ja, da hat man halt eben Pech gehabt sozusagen. Das heißt, man kann da nicht wirklich eine Regel draus ableiten und keinen galaktischen Zusammenhang, das wird häufig auch noch mit der Astronomie in Verbindung gebracht und leider auch mit dem Herrn Paracelsus, den ich zwar auch hin und wieder mal zitiere, weil er halt einfach eine wichtige Gestalt der Geschichte gewesen ist, aber halt eben auch aus heutiger Sicht einen Haufen Quatsch erzählt hat, wobei da manchmal auch was dran war. Das ist halt das Problem bei solcher alter Heilkunde. Es ist meistens eine Mischung zwischen einzelnen Sachen, die funktionieren und drum hat man dann geglaubt, alles sei richtig und im Haufen erfunden im Krempel, ja, der schlicht erfunden war. Zu Paracelsus noch ein paar Worte. Der ist nämlich durchaus eine ziemlich polarisierende Figur, weil er halt eben sehr intelligente Dinge gesagt hat und aufgeschrieben hat und das übrigens in Deutsch und nicht in Latein. Das heißt, auch unser Normalbürger konnte ihn verstehen und damit fand er recht schnell viele Anhänger und eben aber halt auch einen Haufen aus heutiger Sicht, zumindest aus empirisch-wissenschaftlicher Sicht, ziemlich einen Bumpitz verzapft hat, was ihm nicht wirklich vorzuwerfen ist in Anbetracht dessen, dass der um 1540 sein Unwesen, das ist jetzt böse gemeint, getrieben hat und von ihm stammt zum Beispiel auch der jetzt von mir frei wiedergegebene Satz, weil das ist ein bisschen anders formuliert gewesen, alles ist Gift, nur die Dosis allein macht, dass etwas kein Gift sei oder so ähnlich. Ja, also da geht es dann einfach drum, dass zu viel, egal von was, immer scheiße, frei übersetzt nach Ben. Er hat aber eben auch andere Sachen verfasst, wie zum Beispiel, das kann ich hier einmal kurz zitieren, auch direkt aus Wikipedia, die Medizin hat nach Paracelsus auf Natur- und Gotteskenntnis zu fußen. Zum Verhältnis der Dinge und damit auch der Krankheiten und ihrer richtigen Behandlung seien einerseits empirische Befunde, andererseits und weitaus wichtiger die Betrachtung des Großen und Ganzen notwendig, denn der Mensch kann nur vom Makrokosmos aus erfasst werden, nicht aus sich selbst heraus, erst das Wissen um die Übereinstimmung vollendet den Arzt. Ja, also nochmal, aus dem Makrokosmos aus heraus muss alles erfasst werden, nicht aus sich selbst heraus, erst das Wissen um die Übereinstimmung vollendet den Arzt. So, und das ist was, das kommt einem vielleicht ein kleines bisschen bekannt vor, wenn man sich mit Homöopathie und ähnlichen Krempel auseinandersetzt, denn diese Ganzheitlichkeit der Medizin, das ist ja sogar ein Fachbegriff geworden heutzutage, das fußt unter anderem auch auf Paracelsus-Ideen, die ganz viel mit Astronomie zu tun haben, dass die Sterne, wie sie gerade stehen, einen Einfluss auf alles Mögliche haben und damit irgendwie das Wirken der Göttlichkeit verraten, beziehungsweise des einen Gottes, also Christengottheit gemeint, und das irgendwie dann auch auf die Gesundheit große Auswirkungen hat, aus einer Perspektive von 1540 ergibt das alles auch total viel Sinn, das auf die heutige Zeit zu übertragen. Ich sag mal, bin ich zumindest kein Fan von, auch wenn es eben noch Anhänger dieser Denkweise gibt. Übrigens auch die Waldorfschule oder Demeter oder andere auf Anthroposophie und damit dem selbsternannten Hellseher-Rudolf-Steiner-basierende Wissensvermittlung fußt zum Teil auch ein bisschen auf den Paracelsus. Ja, aber dafür kann der Mann ja nichts. Der ist ja schon lange tot gewesen, als das als Trend angefangen hat, sich auszubreiten. Ist für einen empirisch-rational-denkenden, wissenschaftlich-denkenden Menschen alles ein bisschen schwer zu ertragen. Aber natürlich überhaupt nicht mein Fachgebiet. Ja, tatsächlich ist eine Walnuss halt trotzdem toll, auch wenn sie esoterisch aufgeladen werden kann. Danach ist sie immer noch genauso toll wie vorher, nur halt eben nicht noch toller darüber hinaus. Aber es handelt sich hier tatsächlich um ein hocheffizientes Nahrungsmittel, weshalb die Römer sie ja auch schon bereits sehr geschätzt haben. Vermutlich sie in den Regionen, in denen die Römer halt nicht waren, beziehungsweise abseits von uns, schon längst der Menschheit bekannt war und schon im großen Stil von uns gegessen wurde, sofern wir da halt eben gesiedelt haben. Lediglich in Mitteleuropa, beziehungsweise in Gallien und Germanien, ist sie erst durch Hilfe der Römer angekommen. Denn davor war das schon wirklich immer Grundnahrungsmittel der Menschheit, soweit man eben irgendwann an die Dinger rangekommen ist. So, was wir hier sehen können, ist eine nach Brennwert in Kilokalorien pro 100 Gramm gestaffelte Tabelle verschiedener Nussfrüchte, die auch tatsächlich zu den Nüssen zählen. Sowohl die Erdnuss, als auch die Kokosnuss, als auch die Walnuss waren lange Zeit eben gar keine Nuss, sondern wurden anders botanisch eingeordnet. Aber das hat sich inzwischen alles geändert. Schade, schade. Das wäre ja der Aufhänger für dieses Video eigentlich gewesen. Und das sind jetzt alles Nussfrüchte. Schade, ne? Kokosnuss. 363 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das ist schon mal ganz ordentlich. Davon wird man gut satt. Ist im Vergleich zu anderen Nüssen natürlich relativ lächerlich. Da muss man also dazu sagen, dass an so einer Kokosnuss halt sehr viele 100 Gramm Portionen dran sind. Und damit kommt man da schon auf eine gute Menge, die man aus so einer Kokosnuss rausholen kann, pro Nuss, ne? Alle anderen Nüsse, die hier in der Liste stehen, sind ja winzig klein. Und man muss viele von diesen Nüssen mampfen, um auf die 100 Gramm Menge überhaupt zu kommen, weshalb die Kokosnuss hier ein bisschen aus der Liste herausstechen muss. Grundsätzlich gilt aber, dass allen Nussfrüchten gemein ist, dass sie somit den höchsten Fettanteil haben, den wir im Pflanzenreich überhaupt irgendwo finden können. Also wenn es um fettreiche, pflanzliche Nahrungsmittel geht, kommt man um die Nuss nicht drum rum. Die ist wirklich der absolute Spitzenreiter, was den Fettanteil angeht. Mit Ausnahme einiger weniger spezieller Samen, wie zum Beispiel der Sonnenblumenkern, der kann nochmal einen höheren Ölanteil meines Wissens, beziehungsweise Fettanteil haben. Aber insgesamt als Hauptnahrungsmittel, beziehungsweise als Ready-to-Eat-Paket, sind die Nüsse eigentlich fast das Beste, was du finden kannst. Ja, und ihr habt euch das wahrscheinlich inzwischen ein bisschen durchgelesen. Unsere Walnuss ist auf Platz 4 von unten aus gesehen, hat 62,5% Fett und mit einem Brennwert von 663 Kilokalorien pro 100 Gramm ist das Ding so ziemlich das Gegenteil von Diätfutter. Ja, es wäre ein hervorragendes Trekkingfutter, eine großartige Energienahrung, falls man zum Beispiel als römischer Legionär über die Alpen marschieren muss, so ein Zufall, oder ähnliche anstrengende Vorhaben vorhat. Also ein wirklich unglaublich effizientes Nahrungsmittel, wenn es einem einfach darum geht, Energie zu haben, Power zu haben und arbeiten zu gehen. Auch der Eiweißanteil ist relativ hoch. Ja, der liegt nämlich bei so irgendwas zwischen 11 und 16% Eiweiß. Das ist hervorragend für ein pflanzliches Nahrungsmittel, wirklich sehr, sehr gut. 15 bis 23% Kohlenhydrate dann noch obendrauf. Das ist relativ wenig, sollte aber im Normalfall ausreichen. So, und wenn wir uns jetzt allein mal diese Werte angucken, den Energiegehalt, den Fettgehalt, eine ordentliche Portion Eiweiß für die Muskeln, bekanntermaßen ist das ja gut, wenn man halt den Fitness-Gurus und ihren Shakes glauben möchte. Und das stellt man sich jetzt bitte mal vor, dass so ein Römer mit seinen Sandalen jetzt über die Alpen stapfen muss mit seinem ganzen Marschgepäck, mit Speer und Schwert und Rüstung und was der sonst noch so dabei hat. Das dürfte ein Haufen Zeug gewesen sein. Ich wusste es mal auswendig, habe es wieder vergessen. Egal, jedenfalls, was könnte der wohl zu essen mitgenommen haben? Und jetzt stellen wir uns mal vor, er hätte einen Sack Walnüsse dabei gehabt, vielleicht noch einen zweiten Sack mit Maroni, weil die sind ja auch mit den Römern zu uns gekommen. Dann wäre der aus heutiger Sicht unglaublich gut ernährungstechnisch ausgestattet gewesen für so eine Wanderung über die Alpen. Denn in der modernen Medizin beziehungsweise modernen Ernährungstechnologie wirst du wohl kaum was finden, was so Kalorien zu Gewichtseffizient ist, wie zum Beispiel Walnüsse mit ein paar Maroni, einfach vielleicht aus Abwechslungsgründen, Geschmacksgründen und weil die einen höheren Zuckeranteil haben, der dann einfach ein bisschen schnellere Energie im Blut liefert. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz hilfreich sein könnte. Also auch aus moderner Trekking-Sicht, diese tollen Trekking-Packungstüten da, die man da für viel Geld kaufen kann, die auch gut schmecken, das will ich ja gar nicht so weit verteufeln, aber die haben meistens so ein Energiegehalt bei einem ähnlichen Eiweißanteil von so 450, maximal mal 500 Kilokalorien pro 100 Gramm, die du schleppst. Dazu kommt dann noch ein Beutel aus Plastik, den du zusätzlich noch mitschleppst. Da sind Walnüsse bei weitem effizienter und du kannst für viel weniger Gewicht eine deutlich höhere Kalorienmenge mit dir rumschleppen bei einem vergleichbar hohen Eiweißgehalt. Also das muss sich schon auf der Zunge zergehen lassen, dass es seit den Römern quasi nichts Besseres mehr als Trekking-Verpflegung gegeben hat, als Nüsschen dabei zu haben. Jetzt rein von der Effizienz des Energiegehalts pro getragenen Gewicht gesehen. Ob man die ganze Zeit nur immer Walnüsse fressen möchte, ist eine andere Frage, aber theoretisch könnte man das tun und wäre dabei effizient unterwegs. Gerade weil Walnuss tatsächlich als Alleinnahrung taugt. Da sind jetzt noch ein Haufen Mineralien und Vitamine drin, nämlich, ich zähle mal auf, Zink, jede Menge, Kalium, auch jede Menge, Zink braucht man eigentlich gar nicht so viel, aber egal, ist drin. Sie enthält ordentlich Magnesium, was ja auch gut ist, wenn man mal einen Krampf hat oder so ähnlich, wird von vielen Wanderern gerne mitgenommen, in Tablettenform extra Magnesium. Phosphor ist drin, ganz wichtig für den Energiestoffwechsel, ganz schwierig, auch aus vielen anderen Pflanzen kriegt man das kaum. Ja, und wenn man eigentlich nicht jetzt unterwegs einen Hirsch killt und mampft, ist Phosphor durchaus eine Sache, wo man sich drum bemühen müsste, zum Beispiel auch in einem Survival-Szenario, davon genügend abzubekommen. Schwefel ist drin, das ist nicht so wichtig, aber ist drin. Eisen, auch selten knapp, aber ja, ist drin. Kalzium ist drin, das wiederum sehr, sehr wertvoll. Ist gerade bei einer überwiegend pflanzlichen Ernährung nicht ganz so einfach zu bekommen. Ich sage nicht nicht, aber ist nicht ganz so einfach. Muss man sich ein bisschen drum bemühen, insbesondere in einem Survival-Szenario beispielsweise oder bei einer Alpenwanderung. Vitamine A, B1, B2, B3, C und dann noch diese komische Pantothensäure, von der ich irgendwann mal recherchieren muss, was die eigentlich genau tut. Weiterhin haben wir da noch ein paar Stoffe, deren Wirkung noch untersucht wird, die in kleineren Mengen drin sind, aber in kleinerer Menge auch durchaus schon eine Wirkung haben. Darunter gehört jede Menge Zeug aus der Gruppe der Polyphenole und die sind vor allen Dingen sehr wirkungsvolle sogenannte Radikalfänger und schützen uns quasi davor, dass freie Radikale sogenannte in unserem Körper Unsinn anrichten und Dinge oxidieren, die sie nicht oxidieren sollten. Das führt unter anderem zu Krebs. Man geht davon auch, auch davon aus, dass wenn man möglichst wenig dieser Radikale abbekommt beziehungsweise sie abpuffern kann, indem man eben eine Walnuss dabei hat, also zum Beispiel, ja, übertragen, dass das dann auch erstens das Eintreten und zweitens die Entwicklung von zum Beispiel Demenz oder Parkinson bremsen kann. Allerdings hat man das bisher nur bei Mäusen, ja, bei Labormäusen nachgewiesen, da fehlen die Tests am Menschen bislang, zumindest soweit ich weiß. Allerdings der wohl bei Menschen durchgeführte Studie hat man in New Mexico gemacht und zwar sogar eine randomisierte, kontrollierte Studie, das sind immer die Standard, ja, der Goldstandard der medizinischen Forschung sozusagen. Wenn es so ein Ding gibt, dann ist da also zumindest mal ein bisschen was dran, immer noch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, weil man den genauen sonstigen Details dieser Studie nicht kennt und ich mache mir jetzt nicht die Mühe, mir das durchzulesen, aber soll auch positiv gegen Depressionen sein. Ja, das ist allein deswegen ein kleines bisschen zu kritisch zu hinterfragen, weil wenn du Depressionen hast und frisst dann 17 Kilo Walnuss, dann ist nicht unbedingt gesagt, dass hinterher deine Depression besser ist, weil du dann nämlich erstens depressiv bist und zweitens noch dick. Und das ist vielleicht nicht unbedingt positiv zu werden. Aber ja, da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, das Ganze mit einem gewissen gesunden Menschenverstand wirken lassen. Übrigens, die ganzen Gerbstoffe, die grundsätzlich in der Walnusspflanze drin sind, jetzt weniger in der Nuss, sondern jetzt wieder zurück zur Pflanze, haben auch noch diverse medizinische Wirkungen, die man zum Teil auch wirklich schon in der Frühzeit, der, wenn man es da schon Medizin nennen will, genutzt hat, nämlich als Astringenz. Das bedeutet zusammenziehend wirkend. Das hat dann grundsätzlich immer eine entzündungshemmende Wirkung auf verschiedene Hauterkrankungen, zum Beispiel Akne, Eczeme, Skrofulose, was immer das ist. Oder bei übermäßiger Schweißabsonderung wurde das auch schon eingesetzt, nämlich einfach in Form von Bädern Walnussblätter in eine Badewanne schmeißen, ziemlich viele davon, den Patient hinterher schmeißen und hinterher fühlt sich der Patient im Regelfall dann besser. Sowas kann man durchaus machen, schaden kann es auf keinen Fall. in der Naturheilkunde nicht nachgewiesene Wirkungen der Naturheilkunde. Die Naturheilkunde ist ja prinzipiell jetzt erstmal nichts Schlechtes, aber manchmal werden da halt Wirkungen unterstellt, die wissenschaftlich nicht nachweisbar sind und darum sage ich das jetzt extra nochmal dazu. Also folgende Dinge, nicht nachweisbar, aber vielleicht stimmt es trotzdem, soll es helfen gegen Anämie, also Blutarmut, Diabetes mellitus, Durchfall, Darmparasiten, Frostbeulen, Hautgeschwüre und Wunden. Außerdem wird eine antiseptische, wurmtreibende, tonische, blutreinigende und narbenbildende Wirkung nachgesagt. Also die letzteren Sachen, da wird es dann langsam ein bisschen, ja, ne, würde ich mich nicht drauf verlassen wollen. Die astringierende Wirkung hingegen, die ist definitiv da und das ist jetzt aber auch nichts Besonderes, das macht zum Beispiel auch Eichenrinde oder Eichenblätter in einem ähnlichen Ausmaß. Gut, aber wir halten fest, die Walnuss ist tatsächlich toll, wer Walnuss mag, geschmacklich, möge Walnuss essen, nur halt eben nicht unbedingt 17 Kilo, es sei denn, ihr habt es nötig. So, und damit bin ich raus und hoffe, der Nikolaus hat euch einen ganzen Haufen Walnüsse in den Stiefel, Socken, ja, was auch immer, reingepackt, weil, ja, jetzt wissen wir ja, die sind gut und während ihr die knackt, könnt ihr jetzt alle Leute damit nerven, dass die Walnuss was mit Paracelsus zu tun hat und der wieder was mit so einem selbsternannten Hellseher, der für die Waldorfschule verantwortlich ist und ihr könnt vielleicht noch hinzufügen, dass die Walnuss eine der ganz wenigen europäischen Pflanzen mit Allelopathie ist, was das nochmal ist, müsst ihr gegebenenfalls nochmal nachhören und die Römer sind schuld. So, und damit, tschüss, bis morgen. Tschüss. Vielen Dank.